Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 2. August. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder ein paar Technikthemen für euch vorbereitet. Es geht um Hasskommentare, um Streamon, um Maserati, um Spotify, um Reddit, um das Galaxy Note 8, um das Galaxy S8, um das Moto G5S und um Pokémon Go. Wir beginnen beim deutschen Bundestagspräsidenten. Der fordert jetzt ein Mindestmaß, also ein Mindeststrafmaß für Hasskommentare. Für solche Delikte soll es ein Mindeststrafmaß geben, um Staatsanwaltschaften und Richter die Möglichkeit zu nehmen, Strafverfahren wegen vermeintlicher Unerheblichkeit gleich niederzuschlagen, forderte Lambert. Er stellt klar, ich rede also von Sanktionen, nicht von Argumentationen. Diese erreichen nämlich die Urheber von Hassangriffen kaum noch. Im Endeffekt, ja, ist natürlich ein weiterer Vorstoß in einer Zeit, wo die Gesetzgebung ohne die schon etwas kritisch und schwierig ist. Auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich dann quasi darum geht, sowas auch tatsächlich zu verfolgen, ist natürlich die Bagatellisierung und dieses Fallenlassen natürlich auch immer tatsächlich ein Problem. Von daher die Forderung vielleicht nicht ganz so falsch, denn das zeigt es halt auch. Und ich glaube nicht, dass es nur ein Sommerlochsthema ist, dass hier eben das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und wir beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz noch einiges sehen werden. Wir kommen zu StreamOn von der Deutschen Telekom. Da ist rechtlich definitiv auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber die Deutsche Telekom weitet der Angebot deutlich aus. Es gibt jetzt wesentliche neue Partner. Als größter Partner neu dabei ist diese. Das ist so eine Musik-Streaming-Plattform, die auch sehr viele Hörbücher, Hörspiele und Podcasts im Angebot hat. Auf der anderen Seite als der größte neue Vertreter ist Magentv dabei. Ansonsten noch, zumindest für mich, eher unbekanntere Dienste wie Aluga, BlueTV, Bunte.de, ERF Mediathek, NRW Vision und ja, das war es dann auch schon. Aber eben, die Angebote und die Anbieter werden immer weiter ausgebaut. Wir kommen zu Maserati. Das ist ein Konzern, der zur Fiat Chrysler Gruppe gehört und wieder ein weiterer Schritt in Richtung Elektromobilität. Der Luxus- und Sportautohersteller hat bekannt gegeben, ab 2019 werden alle Modelle mit Elektromotor angeboten. Soll jetzt also nicht wirklich heißen, dass die nur mit Elektro fahren. Das wird bei Maserati nicht gehen. Aber dass sie zumindest eben quasi ein Hybrid haben werden und Elektromotoren zur Unterstützung auch an Bord haben werden. Wir kommen zu Spotify und die haben neue Benutzerzahlen bekannt gegeben. Diesmal nicht derer, die quasi über Spotify hören, also wo auch kostenlose Nutzer dabei sind. Sondern die der bezahlten Abonnementen, was natürlich deutlich spannender ist, da sind es jetzt 60 Millionen. Das ist mal eben doppelt so viel, wie Apple mit Apple Music hat. Und vor allem sehr, sehr spannend und sehr, sehr beeindruckend, seit März hat man dort 10 Millionen zahlende Nutzer zugelegt. Trotz allem hat es natürlich Spotify sehr schwer. Die werden auch nach wie vor keine großartigen grünen Zahlen schreiben. Netflix geht sehr ähnlich. Für diese Anbieter ist das immer noch ein Wachstumsmarkt. Und da ist halt einfach die Frage, wie lange der finanzielle Atem reicht. Apple hat es da halt deutlich leichter. Selbst wenn die Millionen mit ihrem Apple Music quasi ein Minus schreiben, wäre es egal. Bei dem, was sie sonst an Umsatz machen, ist das natürlich ein Abschreibungsgeschäft quasi. Ein Abschreibungsding. Dementsprechend wäre es nicht allzu dramatisch. Wir kommen zu Reddit und nach denen geht es sehr gut. Die haben eine neue Finanzierungsrunde hinter sich. 200 Millionen US-Dollar soll eingesammelt werden worden sein. Das Unternehmen ist damit 1,8 Milliarden US-Dollar wert. Das ist schon eine relative Hausmarke. Seit 2005 hat sich das Portal jetzt vom Optischen her kaum verändert. Das will man jetzt angreifen, unter anderem auch mit dem Geld, das man eingenommen hat. Wir kommen zu Samsung und da wissen wir jetzt zumindestens mal, dass die Galaxy S8 und das S8 Plus bald mehr oder minder, die ja quasi Unterstützung für VR bekommen werden, beziehungsweise für AR. Da hat Google letztes Jahr ja bereits diese Daydream-Brillen vorgestellt. Die Handys, die da quasi funktionieren, müssen ja speziell für diese Brille gemacht sein und freigegeben sein. Diese Zertifizierung bekommen diese Handys jetzt dementsprechend sicherlich für viele ein interessanter Punkt. Im Endeffekt, die Daydream-Brillen sind ja recht hübsch und die gibt es ja auch recht günstig. Und auch eines der stark verkauften Handys, das Galaxy S8 geht ja ganz gut, das jetzt endlich mit dieser Brille verfügbar ist. Passend zum Galaxy Note 8 noch eine andere News. Offensichtlich kommt das Handy jetzt in neuen Farben. Der Sehne-Kenner Ivan Blass hat heute Fotos von einem Midnight-Blacken-Gehäuse getweetet. Kurz danach tauchten auch noch Bilder von einem, ja ich würde mal sagen goldenen Gehäuse auf. wird insofern spannend werden. Ja, mal schauen, wann das Galaxy Note 8 dann im Endeffekt tatsächlich vorgestellt wird. Aktuell wird ja der August noch als Datum genannt. Der 23. wird es wahrscheinlich sein. Wir werden dann sehen, wie das neue Note 8 tatsächlich aussieht. Und ob es tatsächlich noch Note heißen wird, da bin ich immer noch sehr, sehr gespannt. Von Handys, die bald vorgestellt werden, zu Handys, die tatsächlich vorgestellt wurden. Wir kommen zum Motorola, die haben heute das G5S und das G5S Plus vorgestellt. Für mich ein bisschen überraschend. Eigentlich zwei sehr starke Handys, das Plus-Modell hat zum Beispiel sogar eine Doppelkamera hinten drinnen. Ja, zwei sehr, sehr konsequente Weiterentwicklungen in der bisherigen Modelle. Durchaus technisch spannende Geräte. Preis liegt für das kleine Modell bei 250 Euro, für das größere Modell nur bei 300 Euro. Weiterhin zeigt Motorola also mit der G-Reihe, dass es da sehr spannende Geräte für eigentlich sehr, sehr schmales Budget gibt. Zum Abschluss noch Info zu Pokémon GO. Da ist heute das neue, legendäre Pokémon Lavados gestartet. Die Safari-Events haben sich ja verschoben, aber eben das erste oder das nächste legendäre Pokémon ist wieder da oder ist da. Und ihr könnt euch auf die Jagd machen. Ja, insofern, ich wünsche euch eine spannende Pokémon-Jagd. Und ansonsten einen schönen Sommertag. Und wir hören uns morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.